Ah, sehr gute Arbeit da draußen mit den Arkanisten. Die Leute möchten glauben, dass die Freelancer ihnen den Rücken frei halten. Nach Freimark war dieser Glaube erschüttert. Freut mich, dass ich helfen konnte. Wie geht es Freelancer Rife? Gut. Sie hat einen Wahnsinnskampf geliefert. Natürlich. Sie weiß, dass ich sauer wäre, von ihrer letzten Tat zu hören. Aber mein junger Freund, sie lebt. Das gibt eine verdammt gute Geschichte ab. Die Leute werden davon hören. Glaubst du, das wird hier etwas helfen? Oh ja. Also, Rife erholt sich in der Bar. Geh und red mit ihr. Ich halte die Augen nach Aufträgen offen. Keine Angst. Du musst Rife sein. Jero sagte, ich würde dich hier finden. Ja. Bist du der, der auf einem glorreichen Kugelhagel geritten kam? Korrekt. Das war ich. Wow. Tolle Leistung, Superstar. Das war mal beeindruckend. In diesen Tunnel zu stecken und dabei die Arkanisten am Leben zu halten, wurde recht ungemütlich. Naja, ich habe mich schon darauf gefreut, Nelly gegen diese Kakerlaken einzusetzen. Nelly? Mein Schwert hilft mir bei meiner gemeinnützigen Arbeit. Es hat mir schon so auf den Hintern gerettet, da hat es einen Namen verdient. Du scheinst dich gut zu erholen. Ich habe zwei funktionierende Fäuste. Eine zum Schlagen, eine zum Trinken. Mehr brauche ich nicht. Ich schätze, du bleibst jetzt hier. Du bist oft allein unterwegs, aber ich sehe dich hier immer wieder. Wenn es Arbeit gibt, sicher. Ich habe den Eindruck, das Geschäft brummt. Eine Weile war es schwierig. Für ein paar Wochen kam ich kaum klar. Aber nichts geht über den Job als Freelancer, oder? Also, danke, dass du im rechten Moment aufgetaucht bist. Ich schulde dir was. Ich bin froh, dass alles gut gegangen ist. Naja, ich blute bestimmt noch immer irgendwo. Ich sollte mich durchchecken lassen. Wir sehen uns, Superstar. Ich bin froh, dass alles gut gegangen ist. Ich bin froh, dass alles gut gegangen ist. Es ist schon wieder da? Gut. Ich habe Aufträge für dich. Wir müssen nach Haus gehen und Sie müssen ver- Freelancer. Ich bin froh, dass alles gut gegangen ist. Ich bin froh, dass alles gut gegangen ist. Ich bin froh, dass alles gut gegangen ist. Er hat ihn selbst gebaut. Repariert, meine ich. Vielleicht ist das kein mechanisches Problem. Ich bin froh, dass alles gut gegangen ist. 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 Entschl fotosam fandom. Ich bin froh, dass alles gut gegangen ist. Ich bin froh, dass alles gut gegangen ist. Untertitelung von Kläs OA Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. Die Skar gehen nicht so leicht auf. Sehr gut, aber der Rest hat nicht entkoppelt. Verstanden? Okay. Das war alles Skar. Der Kampf ist vorbei. Und, äh, brutal. Verdammt, man gönnt uns keine Pause. Ein neuer Auftrag. Gesetzlose haben Vorräte gescholen. Keine gute Idee, hörst du? Alles klar. Bin unterwegs. Wir haben die Gesetzlosen gefunden. Die Vorräte müssen hier irgendwo sein. Ich verstehe. 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 Hast gut gekämpft. Kannst stolz sein. Gut. Jetzt hol diese Vorräte. Okay. Vorräte sind markiert, damit die Sentinuts sie abholen können. Ich verstehe. Ich glaube, du hast alles. Gut, gut. Gute Arbeit. Ich hab gleich noch was für dich. Ah, scheinbar hat sich ein Freelancer nicht zurückgeweldet. Versuche ihn zu finden. Ich verstehe. Ich verstehe. Frank Rasch. K. Neen. Hey, Schlepp! Es macht den Freelancer nicht mehr raus. Ich verstehe. Ich nehme mich auf. Der Freelancer ist nicht mehr anlegen. Nimm den Link mit. Ich mache dir nicht ISO. Höchst schnell . Laatme nicht zuhieren. Der seele mich zurاه minutosтора cutl warrior. Für dich – 2 bleibt mich. Anb радиiez ... Deskennung mir tief ... wahr in euch hinzu deinen Ge tolerance ziert, auswächt. Seele Manos ... Sprengstoff, nutze ihn, um die Skallager zu zerstören. Kein Problem. Sprengstoff, nutze ihn, um die Skallager zu zerstören. 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 Ansonsten, mach weiter. Sprengstoff, nutze ihn, um die Skallager zu zerstören. Das wäre so erledigt. Ihre Munition und Vorräte sind geliefert. Jetzt räuchere die übrigens gar aus. Verstappen! Alles klar, sind erledigt. Hammer, hast es geschafft. Fertig! Ich danke dir. Im Namen vieler. Ich habe einen vor Ort wieder gelegt. Der Urk-Masif ist nicht schlecht. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020